So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO und das wieder eine ganz spezielle Folge, wie jedes Mal natürlich, aber nein, wir haben einen Dreier-Solo-Raid gemacht mit Nachtara, denn es war ja jetzt das Event mit Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, die Spiele kamen raus für die Switch, da gab es ein kleines Kando-Event, wo ihr eben Evoli, Pikachu häufiger fangen konntet, aber auch viele andere Sachen aus der Kando-Region und vom 23. bis 26. gab es jetzt die Weiterentwicklungen von Evoli in Dreier-Raids, also Aquana, Blitzer, Flamara und zum ersten Mal auch Psyana und Nachtara und die waren natürlich unterschiedlich schwer, wie man so rausgehört hat, soll wohl Nachtara der schwerste Dreier-Raid von diesen Evoli-Entwicklungen gewesen sein, deswegen haben wir uns den mal zur Brust genommen mit der kleinen Machomai-Armee, wo ich immer wieder sage, gönnt euch Machomai, jeder sollte eine Machomai-Armee besitzen, 6 Stück maximieren auf 2,8 und so weiter, das knallt rein, das macht alles kaputt, das ist effektiv gegen fast jeden Vierer-Raid und ja, so haben wir den also gemacht, ich habe 2 oder 3 Machomais glaube ich gebraucht und bei 33 Sekunden war das ganze Ding dann auch kaputt, lag dann auch rum, hat nur noch gewinselt und ich muss sagen, ich fand ihn natürlich jetzt sehr einfach, der war zwar von der Sache her mit am knappesten, bei anderen hat man da weniger Zeit gebraucht, aber nur wenn man eben die entsprechenden KONDA hatte, das war auch das ganze Problem, denn wenn ich sehe, andere Raids sind vielleicht leichter, aber ihr braucht 2 maximierte, am besten 100% Graudon, Graudon, wer hat das schon, außer Bisa-Fan-TV vielleicht, aber so eine Machomai-Armee sollte eigentlich jeder haben und damit fand ich, obwohl es der schwerste ist, fand ich trotzdem, dass es irgendwie der leichteste ist von den ganzen, weil man muss wirklich nichts machen, nicht ausweichen, gar nichts, einfach immer nur drücken, 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 bis das Ding einfach von alleine umgefallen ist, 3 Stücke braucht hin und her, das war also, ja, einfach, viele werden vielleicht dran scheitern, die eben kein gutes Machomai haben oder kein gemaxstes oder die es mit anderen Sachen probieren, aber wir wollten das einfach ausprobieren, 33 Sekunden Restzeit und deswegen, ja, die Dinger sind natürlich jetzt schon weg, wie gesagt, das war ja nur vom 23. bis 26. schade eigentlich, da hätte man noch ein bisschen experimentieren können, es sind, glaube ich, überhaupt nicht alle aufgetaucht, die hier waren, es sind nicht alle aufgetaucht, die hier waren, was redet der? Na ja, auf jeden Fall, ich habe durch Zufall Ei nach Tara gesehen, aber die anderen Teile, ich habe kein einziges Psyana oder so gesehen, glaube ich, aber, okay, jetzt geht es zu den normalen Raids zurück, weiter jagt auf Shiny, äh, Alola Raichu, jagt auf Shiny, Alola Knocker, kann beginnen, ist interessanter auch als der 5er Raid, der aktuelle, aber ich will euch kein Ohr weiter abquatschen und das war es von dieser Folge natürlich, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.